In Äthiopien angekommen ist es mir fast nicht möglich mich zu orientieren. Wo bin ich hier, ich bin hier eben nirgendwo angekommen, aber imaginär, ein imaginäres Land. Äthiopien sei eines der ärmsten Länder der Welt. Wie leben hier die Menschen? Ich befinde mich hier im östlichen Teil Äthiopiens im Havach auf 2000 Meter Übermeer. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich fühle mich nicht in Afrika, sondern in einem Land aus einer anderen Zeit. Vielleicht in einem Land aus dem Mittelalter oder aus einer viel früheren Zeit. Harar ist eine der vier heiligen Städte des Islam. Der Ort mit weit über 100.000 Einwohnern liegt nahe der somalischen Grenze. Muslime und Christen sollen hier friedlich zusammen leben. Besonders interessiere ich mich aber für ihre religiöse Musik, ihre Gesänge und Rhythmen. Ich überrasche, ich falle auf. Oh, ein Ferengio, ein Beisser, sagen sie. Eigentlich meint es ein fremder Franzose, ein French foreigner. Anissa Ali, meine Dolmetscherin, stammt aus Harar. Sie werden mir hier alles zeigen und erklären. Man sieht und spürt hier die Armut besonders deutlich. Der Reichtum, der auch existiert, hält sich hinter hohen Mauern versteckt. Ja, alle diese Leute hier bemühen sich zu leben, zu überleben. Die Koranschule. Ich habe ein seltsames Gefühl, wenn diese Kinder Allahs Wahrheiten unter dem Druck ein Rutes skandieren. Abdulla Kassim ist ihr Lehrer. Er sagt, die Rute sei ein Symbol und bedeutet nur, bleibt wach. Diese Art des Lernens, die Verse rhythmisch zu wiederholen, schreibt die Inhalte tief in ihren Geist und Körper ein. Hier ist es nicht so wie in unseren Schulen. Die Texte werden gesungen. Welche Absicht steht dahinter, das zu singen? Ansonsten oder die Freizeit? Das sind die Verkaufz. Das sind die Bezüge der Kader. Das war die Erweckung. Es ist das Wunder. Das war die Erweckung. Die Erweckung. Abdulla, die Erweckung, die Inhalte an die Verschmähung. Achte Bildung. Wir schauen uns das壁ende, die Nachbar ist. Am Ende klassen die Entschuldigung am Ende. Am Ende einen Tiefen, einen Loslassen Sie in den Bezüge der Hühne und eineям. Die Erweckungen haben wir hier. Was haben wir die Gelüge der Nachbar. Ich bin auf dem Weg zu einer Gruppe von Männern, die Sikri singen. Sikri sind gesungene Verse aus den heiligen Büchern des Koran und des Hadith. Sie treffen sich im Haus, wo die Trommeln aufbewahrt werden. Die Trommeln sind heilig und dürfen nur an bestimmten Tagen das Haus verlassen. Der Koran-Lehrer Abdullah Qasim spielt die Trommeln. Der Sikri-Gesang fasziniert mich. Nicht nur der Viertelton, sondern auch die Klangfarbe der Stimmen unterscheiden sich von der Art, wie man bei uns hört. Sie werden von einer großen Zahl von drei Tönen gebildet, also Rometöne. Deswegen werden sie bei uns in gewisse Kreise schmutzige Stimmen genannt. Ich bin der Erinnerungssev in der Welt. Ich habe sie mit dem Fisch undAmerican. Ich habe sie vor, wo es kommt, was ich meine Zeilen nicht. Ich habe sie von Pferd in den Wachstuhl gesehen. Ich habe sie mit ihren Brücken und sie in der Schulz und sie in der Karate. Ich habe ihn mit die stirbt. Ich habe sie mit Arme und die Ferien geöffní居. Ich kenne mich. Ich habe sie mit ihnen in der Hauweze geahmet. Als die Hirsch traurte ich, als man sich rauskommt, als man sich lebt, als man vorlegen, sonnig auf den Erfag, als man sich selbst macht, als man sich das zu tunte. Es ist eine große Rolle, die sich selbst auf die Erfagnen mit uns verlebtzten. Ich bin einschließt und meine Eltern an, die sich mit den Eltern um��을 Informieren verletzten. Das stimmt nicht, aber diejaminen sind die Berichte. Wir haben uns nicht mehr, sondern wir haben uns nicht mehr, sondern wir haben uns nicht mehr. As-Salam-Aliikum Ich habe die Nummer 5. Ich habe immer noch etwas zu tun. Ich habe die Nummer 5. Und ich habe die Nummer 5. Ich habe die Nummer 5. Ich habe die Nummer 5. Ja, das Resul-Allahhe. Ja, das ist der Nummer 5. Jesus sagte, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Musik und wie er sich in den Hals befindet. Singst du richtig, so klingen auch die Trommel richtig. Diese Antwort ist Anfang und Vollendung dieser Kunst. Abdullah Kassim wird mir die genaueste und glückste Antwort in Bezug auf die Trommelkunst, die sie geöffnet haben. Das war die Trommelkunst. Das war derte Trommelkunst, die sie geöffnet haben. Das war der Tat. Mit Anissa besuche ich die Probe einer Frauengruppe. Sie findet im Kulturhaus von Harar statt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das ist das Bedeut oder das Bedeut der Menschen. Das ist alles gut. Wenn man die Menschen nicht mehr über die Menschen bekommt, dann kann man die Menschen nicht mehr über die Geschichte der Menschen. das Papa hat sich nicht verloren und richtig verletzelt. Das war bei uns. Und dann das Ersteben, die Musik nach der Marke haben. Der Kohlfache hat uns gelassen und abgänglich erlebt. Der Kohlfache hat uns nicht angestellt. Warum ist er stütten? 21. Was ist das denn? 22. 23. 24. 24. 23. 25. 26. 25. 26. 26. 25. 22. Zuerst versuche ich das, was ich hier sehe und empfinde, zu analysieren und zu porten. Aber sehr bald wirke ich, dass diese Haltung mich nach und nah verlässt und durch eine Offenheit ersetzt wird, die man durch die Porenpumpen nennen kann. Zuerst versuche ich das, was ich hier sehe, was ich hier sehe, was ich hier sehe. Die einzigartige Altstadt von Harach wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erbeten. Wir befinden uns hier auf dem muslimischen Fleischmarkt. Mit uns die Adler, sie warten auf Fleischabfälle. Ein fantastisches Ballett. Jeden Donnerstag finden im Schrein des Scheich Abadir lange Rituale statt, bei denen Sikri rezitiert werden. Sie dauern bis in die frühen Morgenstunden. Viel Weihrauch, viel Katt, viel Kaffel. Der Islam in Harach ist stark vom Sufismus geprägt. Sufisten sind Mystiker und stammen ursprünglich aus Persia. Sie suchen die unmittelbare Begegnung mit Gott. In weiten Teilen der islamischen Welt sind sie als Gäser verbunden. Die Heilige Schrift des Islam enthält 114 Kapitän. Jedes ist in arabischer Einbräuser verfasst. Diese Form eignet sich besonders gut, um in einer Gruppe richtig rezitiert zu werden. Die Heilige Schrift des Islam in der Familie sind von ihm und die Verbrechen sind. Die Heilige Schrift des Islam in der Kiran der Kiran. Die Kiran-Kurans sind die Erkrank, die Kiran-Kurans sind in der Kiran und Paulus. Die Kiran-Kurans sind im Webinar der Kiran für die Kiran, Ich habe die Wahrheit, die ich habe. Ich habe die Wahrheit, die ich in der Welt bin. Ich habe die Wahrheit, die ich in meinem Leben bin. Wenn man nicht mehr von dem Geheimnis ist, dann kann man das Leben sein. Das Leben ist wie ein Leben. Das Leben ist wie ein Leben, das Leben ist. Das Leben ist ein Leben. ZDF Schaich Yusuf ist einer der zahlreichen Onkel von Amissa. Dies ermöglichte uns überhaupt, hier Filmaufnahmen zu machen. Sie werden wahrscheinlich einmalig bleiben. Schaich Yusuf ist Hüter des Heiligen Streins und wird als große Sufi verehrt. Sie werden in der Facebook-Aberhard-Rahman gebetet haben und die Nachdem Sie den Schaich Yusuf ist, Sie werden in der Zahe, der sich die Zahe zu sehen, die Zahe, die Zahe, der sich in die Zahe in der Zahe, die Zahe, die verabschieden sind, die Zahe an, die Zahe, die, die Zahe, die Zahe, die Zahe, der sich selbst schnappen, es ist er, eich, die Zahe. Sie werden nicht in der Zahe, keine Zahe. Ich habe noch einen Zahe. und die Menschen mit den Impfern, die wiederummüller Schaden zu haben. Wir haben alles in den Städte die Erweger und es ist auch in der Küche. Salam alaikum Was für eine Rolle spielt die Musik in sophistischen Ritualen oder Ceremonien? Was für eine Rolle spielt die Musik in der Bibel? Was für eine Rolle spielt die Musik in der Bibel? Was für eine Rolle spielt die Musik in der Bibel? Die Menschen sagen ich bin. Das ist bedeutet, ich bin Gott, so fahre ich. Es ist ja großer Fall. Das ist ja so, ich bin für mein Mann. Das ist doch ein weiterer Fall, dass ich die Menschen, sie bin für das Land. Ja, muhammad. Die Stadtmauer ist ungefähr, was du hier siehst, im 16. Jahrhundert gebaut. Und die hat fünf Toren. Und diese Toren haben ihre eigene Bedeutung. Dazu gibt es kleine Löcher für die Stadtmauer. Das ist für die Abwasser und damit die Hyänen auch reinkommen und die Stadt saubern. Da hat man die kleinen Löcher für die aufgelassen. Und natürlich ist die Stadt über 1000 Jahre gegründet. Und wir Hararis nennen uns die Stadtleute. Aus nomadischen Leben sind wir über 1000 Jahre urbanisiert. Und die Umgebung von Harar siehst du verschiedene Felder. Und da arbeiten die Leute auf den nieren Feldern und kommen sie zurück in die Stadt. Und da haben sie so wie Stadtleute gelebt. Und meine Vorfahren waren alle natürlich Bauern gewesen. Die Harari bauen heute vor allem Kat an. Kat verkauft sich besser als Kaffee. Die Blätter werden gekaut. Die Menschen, vor allem Männer, werden in eine freudige Lethargie versetzt. So lassen sich die Alltagssorgen besser vergessen. Ein Geschenk Gottes. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Kinder. aber sie haben auch diese Karte. Sie haben sich die Karte. Sie sind in der Tat zu erringen. Die Karte hat sich in der Arbeit zu er sung. Sie haben sich die Karte und die Karte an. Die Karte hat sich in der Karte zu erringen. Sie hat sich die Karte an, die sich in der Welt zu machen. Wenn der Mann seine Frau noch nicht auf ein paar Hände, dann hab ich die Kinder noch ganz gut gemacht. Wenn der Mann einen Tag noch mal aus dem Leben, dann habe ich die Kinder. Ich bin ein Mann und ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich habe es gesagt, ich bin ein Mann. Ich habe das. Ich habe das Buss, es ist ein Mann. Wir haben noch ein paar Jahre. Wir haben die die Masse schon einen Schmackbettel gefunden. Aber wir haben die Leute drüben, sie sind die Monat. Ich habe sie gewohnt. Ich habe sie durch die Kirche geholfen. Das Fest der orthodoxen Christen wird 18 Stunden dauern. Der Drachentöter, der heilige Georg, wird gefeiert. Es beginnt nachmittags um 4 Uhr und endet am nächsten Morgen um 10 Uhr. Alles beginnt sehr klein, fast familiär. Der Vorsänger der Liturgie heißt Deptera. Er ist nicht geweiht und genießt in der Hierarchie einen Sonderstatus. Der Deptera ist Lehrer, Hüter der Heilpflanzungkunde und Lebensberater. Welche Absicht ist in der Entwicklung, diese lange Entwicklung und plötzlich mit Beschleunigung des Rhythmus? Es scheint mir eine ganz genaue Dramaturgie da drin sein. Er ist eine ganz genaue Dramaturgie. 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 Und er ist eine ganz genaue Dramaturgie. Er ist eine ganz genaue Dramaturgie. Jede Teil der Trommel wird symbolisch mit einem Teil der Leidensgeschichte Christi gleichgesetzt. So stehen zum Beispiel die Schläge auf die Trommel für die Schläge, die Jesus vor seiner Kreuzigung erhielt. Fünf kleine Steine, die im Innern der Trommel eingeschlossen sind, symbolisieren die fünf Bundmale. Die Stelyn seconden, die Schubert und die Schubert und die Schubert und die Schubert und die Hoffnung. Wir haben die Bedürfnisse und die Merausseinschaft unserer Veränderungen durchgehebt. In der nächsten Folge waren wir die Bedürfnisse und damit kommen. Wir wissen, dass wir die Bedürfnisse ausdrücken können. Dann stehen wir noch mehr und noch mehr. Machen. Sie machen das zweite. Sie machen das andere. Wir machen das andere. Er macht sich uns nicht mehr ein und dann bequem sie sich durch. Wir kommen dort an an. Wir sind mit dem Foen. Es macht sich um alles zu retten und zu retten. Wir sind hier in den Platzprogramm, Mein Vater hat meinen schief. Aber ich habe die Aufmerksamkeit nicht gesagt, dass ich gar nichts mehr schief. Aber ich habe mich zu Vertrauen. Ich war keine Ahnung, ich habe mich auf die Aufmerksamkeit. Ich habe den Priestern gesagt, dass ich Atheist bin. Das macht sie besonders neugierig. Sie zeigen sich interessiert. Sie sind unfähig, so etwas zu verstehen. Der Bischof wird mir später ein Angebot machen. Ich möge mich doch taufen lassen und Mitglied der äthiopisch-orthodoxen Kirche werden. Das wäre eine Ehre für sie. Ich lehne taktvoll ab. Er insistierte nicht. Ich bin gerührt. Das ist der Foto. Ich bin gerührt. Wir sind an für Sie. Die Böge in den Foten. Ich bin gerührt. 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 Ich bin ger� ribbed. Amen. Hunderte Gläubige haben sich im Laufe der Nacht bei der Kirche eingefunden. Das Fest erreicht nun seinen Hohepunkt. 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 Die heiligen Texte werden um Jes gesungen. Eine uralte Sprache, deren Inhalte der einfache Gläubige kaum mehr versteht. Die Gesänge und Hühne und sechste Jahrhunde Komponente werden heute noch unvereinwert geschoben. Das Fest erreicht nun seinen Hohepunkt. Das Fest erreicht nun seinen Hohepunkt. Religion und Glaube stehen nicht immer in einer guten Beziehung. Häufig sind die Gläubigen die Soldaten einer Kirche. Religion birgt in sich den Samen des Krieges. Das Fest erreicht nun seinen Hohepunkt. Das Fest erreicht nun einen Hohepunkt. Sie bekommt einen deutschen Müslament. Daher Mr. Mengen wird das Erwachsenerbrochen ges gespannt, und das Einschartes hat er. Die Menschen meintreffen, wenn sie Menschen, die Menschen verletzten, die Menschen gehen, sie gucken, die Menschen, sie vegen, sie verletzten. Auch Frau hat mir das Wort gesagt. Warum verstehen das Erwachsenen? Warum verstehen die Erwachsenen? Anissa führt mich durch den christlichen Markt. Diese liegt vor den Toren der Altstadt. Etwa 50.000 orthodoxe Christen leben vor allem außerhalb der Altstadt. Innerhalb der Mauern wohnen fast nur Muslime, etwa 70.000. Wir haben in Deutschland zum Norddorf gearbeitet. Wir haben in Deutschland gesehen. Wir haben in Deutschland gesehen. Wir haben in unserem Gostad. Wir haben in Deutschland gesehen. Man hat uns die Zivilisten gehört. Man hat uns die Zivilisten von der Kirche gebotten. Was für die Zivilisten gibt. Wir tragen uns in die Zivilisten. Without uns noch die Zivilisten mit 2. Wir haben die Situation in Harar so friedlich, wie mir versichert wurde. Auch hier missionieren die Fundamentalisten. Ich höre von Geldströmen, die aus Saudi-Arabien ins Land fliessen. Damit werden Moscheen, Schulen und Spitäler gebaut. Wir haben die Gesellschaft, die sich in der Lande befinden. Die Gesellschaft, die sich in der Lande befinden, die sich in der Lande befinden, was uns im Lande, was muslim, orthodox, katholik, protestant. Es beginnt zu regnen. In einer der trockensten Gegenden der Welt ist es ein unerwartetes Geschenk des Himmels. Mohammed Avel und seine Gruppe sind auf Tournee und machen Station in Harakh. Sie singen auch in Mekka und anderen arabischen Staaten. Sie sollen dort sehr berühmt sein und verehrt werden. Ja! Ja, bitte. Sie singen Manzumas. Es sind Verse aus dem Koran und Hadid. Im Hadid wird die Lebensgeschichte Mohammeds erzählt. Manzumas gleich in dem Sikri-Gesang, stammen aber aus einer anderen Gegend Äthiopiens, dem Volo. Manzumas gleich in dem Sikri-Gesang. Manzumas gleich in dem Sikri-Gesang. Manzumas gleich in dem Sikri-Gesang. Manchmal im Leben Ereignen sich wirkliche, tiefe Begegnungen. Solche Momente werden von einer unbeschreibbaren Magie geprägt. Avel ladet mich ein, mit ihnen zu spielen. Avelet mich ein, mit ihnen zu spielen. Avelet mich ein, mit ihnen zu spielen. Salam alaikum Die christlich-orthodoxe Medanialen Kirche steht mitten in der muslimischen Altstadt von Hara. Erbaut wurde sie Ende des 19. Jahrhunderts auf den Fundamenten einer von christlichen Soldaten zerstörten Moschee. Das war der Das ist das Ruhige. 5. Kaffee, das WesenCHさん ist der Ruhige. Die Keine und die Heiligene Menschen denken, Sie sagen, dass sie herr记 posible. Sie sagen, dass sie diese Hölle Tränen nicht mehr sind. Sie denken, dass sie die Hölle an dem Geherrghänme nicht mehr ist, Wenn der Abenteuerlte ist, der der Probleme ist, ist, dass er sich nicht mehr aufgeliebt ist. Wenn man sich den Bösen immer mit einem Nordeau anbieten kann, dann sagt man, dass er die Abenteuerlte aufgeliebt ist. Wenn man sich den Bösen behert, dann würde manche die Abenteuerlte aufgeliebt. Er ist ein Wir sind also die Menschen, die Menschen, die sich nicht mehr zu machen und die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die sich nicht mehr zu machen. Amen. Amen. Mohammed Abel ist sehr fromm, menschlich. Seine Religiosität ist offensichtlich. Er hat mich tief beeindruckt. Seine wunderbare Art öffnet Türen ohne Gewalt. Er hat mich tief beeindruckt, in die Stadt der Kaiser. Er hat mich tief beeindruckt, ob sie enseñbar, Amen. Was ich in Haar erlebte, Ich bin Menschen begegnet. Ihre Rituale helfen den Menschen, ihr Leben zu leben, es erträglicher zu machen. Die Kunstformmusik wurde nebensächlich. Es liegt ihnen nicht daran, ein künstlerisches Produkt herzustellen und zu verkaufen. Trotzdem aus Notwendigkeit sprudeln die künstlerischen Ausdrucksformen. Ich verlasse Haar mit so wunderbaren Antworten im Ohr wie jene des Trommlers Kassim. Wenn du richtig singst, so trommelst du auch richtig. Ich habe die Kiste get texten. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Untertitelung des ZDF, 2020